Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xauho. Schön, dass ihr eingestellt habt. Heute möchte ich rausgehen und zwar Autoschrauben bzw. den Schlachtcadelik weiter auseinandernehmen. Und ja, das machen wir jetzt. Da ist er, der Spaßvogel. Ja, wird nicht wenig Arbeit, aber das Faszinierende ist, gestern hat es geschneit und der Schnee lag und jetzt ist er weg. Und jetzt haben wir wieder Sonnenschein und ich kann hier ein bisschen was machen. Es ist zwar kühl, aber uns wird gleich warm. Wir müssen als erstes auf jeden Fall den Müll hier wegräumen, damit wir hier weitermachen können. Ich will mich da dann gleich flexen, damit wir von der anderen Seite an den Motor drankommen und endlich mal den Motor da rausholen können, damit dieser ganze Schrott hier mal verschwindet. So. Also, wir haben jetzt einmal einen schönen Schnitt gesetzt. Wirklich super, super schön. Ui, einmal komplett durch. War ein bisschen komplizierter, als ich eigentlich dachte. Denn hier ist ein doppelter Boden dahinter, deswegen habe ich hier ja den ersten Schnitt gesetzt. Der ist im Prinzip für den Arsch, zumindest für das erste, später nicht mehr. Wir haben jetzt einmal komplett durch. Unten ist eine Verstärkung drin, deswegen muss ich auch von unten schneiden. Jetzt brauchen wir aber neue Trennscheiben, denn ich komme hier nicht mehr weiter, weil meine Trennscheiben verbraucht sind. Es sind eigentlich im Prinzip nur noch der dicke Rahmen hier, hier und da und natürlich hier oben am Dach. Dann haben wir das ganze Stück hier, was wir abmachen können und dann können wir nämlich uns weiter an den Motor ran arbeiten. Und wir haben ganz schön viele von diesen Trennscheiben verbraucht. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und eine ist auf der Flex drauf. Wir haben zehn von diesen hässlichen Dingern für das kleine Stück gebraucht und die waren eigentlich voll billig. Das waren, glaube ich, so Fünferpacks für 1,99 Euro. Dementsprechend halten die auch nicht so lange. Und ich hatte mal eine, die war hochwertiger gewesen, also die hatte, ich weiß nicht, ich glaube, die einzelne hat 1,99 Euro gekostet. Und die hat so lange gehalten wie die alle. Und deswegen werde ich mir lieber die hochwertigen holen als die da. Die sind halt wahrscheinlich einfach nicht dafür gemacht, eigentlich. Die sind viel zu dünn und zu lapprig. Ja, genau, dann werden wir mal neue besorgen, weil jetzt können wir erst mal nicht weitermachen. Aber wir haben ein bisschen was geschafft. Das freut mich. Und vielleicht ist ja morgen wieder schönes Wetter, dann kann ich wieder ein Stück weitermachen. So, jetzt erst mal duschen und essen. Ja, liebe Freunde, ich beende heute den Stream. Es wird jetzt auch draus ganz schön windig und stürmisch. Also erstens ist es stockdunkel und zweitens bin ich K.O. Und werde jetzt was schönes essen und den Tag ausklingen lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es davon ist, like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.